So ein Skandal, eine Drecksaus und ein Grechel, du hast sechs Vorwürfe, jetzt ist der auch noch dabei. Nein, wenn ich mir was denke, aber den hätte ich mir wirklich nicht gedacht. Schaut euch das an, was hat er da? Am Rücken hat er es gestreichelt, am Hals hat er es gegriffelt, oh, so eines, der gehört ja weg. Tschüss, fett war einer, tschüss, weg. Die können alle eingesperrt, die können alle zusammen, diese Verbrecher. Der Nierenstatter, Kevin Spacey, der, der EU-Parlamentarier, der lauter Schweine hörst. Eine Frau auf die Schulter greift, wo sind wir denn hörst? Nein, so eine Frechheit, da MeToo, da schaut, was ist mit der MeToo? In die Augen hatte ich mir geschaut vor zehn Jahren, jetzt ist es traumatisiert, bist du, der haben sie nachgepfiffen, so eine, den Sofortfahndungsbefehl raus, der geht weg. Wie kann man einer Frau nachpfeifen, es ist ja skandalös. So eine Frechheit, auf die Schulter hat er gegriffen, eine Frau auf die Schulter greifen. Das darf man, das weiß man doch, dass man einer Frau nur auf die Schulter greift, wenn sie darum bittet. Wenn sie sagt, da kannst du mir auf die Schulter greifen, es ist so, da führe ich ganz wuschig, schau, da ist mein Gehpunkt, nimm einen Wimmerl da, 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 nimm meine Mutter mal sein Gehpunkt. Kannst du den massieren oder was? Da, das, das, aber nicht so, nicht ungefragt an der Frau auf die Schulter, wo sind wir denn? Da, der Denau, da, MeToo, hat mir ein Kompliment gemacht, ich sei hübsch. Ah, Drecks, da hört er, gehört ja, na, das ist eine Frechheit, das ist ja wirklich wahr. Bin ich auch dabei, MeToo, wirklich, bin ich auch, wir haben auch, bin ich, bin ich voll dabei. Solidarisch erklären mit Vergewaltigungsopfern, dass man sich solidarisch erklärt, sagt man, MeToo, mir ist dasselbe, nein, dasselbe, ich bin nicht vergewaltigt worden, wir können einen aufpiffen, ja. Das ist dasselbe, wenn einer zu mir sagt, ich habe Krebs, ich bin bei dir und ich da drauf sage, ja, ich habe einen eintrigen Zehrennagel, ich bin bei dir, ich weiß, wie das ist, MeToo, verstehst du mich? Eine Frechheit, Gnade, grauslich, grauslich sowas. Vergebniszeit, schau dir das hinab, das ist eine, ja, ja, schön, aber, ja, ma.